Wir erhielten von den Göttern viele Gaben. Wer könnte das führen? Nur die Stärksten von uns wären dazu in der Lage. Du wirst sie härter unterweisen, als jede Amazone vor ihr. Du darfst nie deine Deckung fallen. Du erwartest einen redlichen Kampf. Aber sie darf niemals erfahren, was sie in Wahrheit ist. Wie lautet deine Mission? Wer du auch bist. Du bist in größerer Gefahr, als du denkst. Wenn niemand sonst die Welt verteidigt, muss ich es tun. Was bist du? Ich bin Diana von Themyscira. Dein Zorn hat nun ein Ende. Jep, das wird so nichts. Nimm bitte das Schwert runter. Passt überhaupt nicht zum Rest. Gar nicht. Ich bin er Kalen. Ich bin der Grau. Ich bin der Grau. Ich bin der Grau. Ich bin der Grau. Untertitelung. BR 2018